Neues Jahr, alte Sorgen, genauer gesagt Verletzungssorgen. Die Hiobsbotschaften flattern beim FCBB in dieser Saison beinahe wöchentlich ins Haus. Zipser, Taylor, Gavel, Benzing, nochmals Gavel, Mietzic, Cedovic und nun eben auch noch Bo McHalef. Die verletzten Misere will nicht abreißen. Woche für Woche muss das Team eine neue Handschrift lernen, sich neu einspielen. Sogar der Platz auf der verletzten Bank wird langsam knapp. Von Resignation dennoch keine Spur, die Stimmung im Team ist gut und außerhalb wird getan, was getan werden kann. Ärztliche Versorgung im Audidom, inzwischen vorsorglich an jeder Ecke. Auch klar, dass die Mannschaft noch enger zusammenrückt vor dem Eurocup-Spiel in Bamberg. Er hat getreu dem FCBB-Motto, I have a team, will sich der deutsche Meister an Ort und Stelle besser präsentieren, als vor knapp zwei Wochen. Mannschaftliche Geschlossenheit und Spaß an der Arbeit, das Rezept gegen den vorläufigen Höhepunkt der Verletzungsseuche.